Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Drängen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Drängt, drängte, hat gedrängt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich dränge, du drängst, er drängt, wir drängen, ihr drängt, sie drängen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich drängte, du drängtest, er drängte, wir drängten, ihr drängtet, sie drängten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gedrängt. Du hast gedrängt. Er hat gedrängt. Wir haben gedrängt. Ihr habt gedrängt. Sie haben gedrängt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich dränge. Du drängest. Er dränge. Wir drängen. Ihr dränget. Sie drängen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich drängte. Du drängtest. Er drängte. Wir drängten. Ihr drängtet. Sie drängten. Den Schluss macht der Imperativ. Dränge du. Drängen wir. Drängt ihr. Drängen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verbdrängen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.